Truth News? Truth News? Und siehst du, gestern haben wir gesprochen über diesen zweitgrößten Diamant der Welt. Ja. In Botswana, ausgebuddelt. Mittlerweile haben sie ihn gewogen. Das Teil hat 1111 Karat. Boah. Der zweitgrößte jemals ausgegrabene Diamant. Ich hab ne Sekunde überlegt, schenke ich ihn meiner Frau zu Weihnachten, aber da hab ich gesagt, nein, sie könnte auf die Idee kommen, sie sei nur die zweitwichtigste für mich. Ja, ja. Und dann heißt es nie mehr. Let's move and get it on. Truth News. Täglich bei Jochen Truss am Morgen und auf spreeradio.de